Kapitel 26 Die Sage des Steinernen Kreises Die Sage des Steinernen Kreises erzählte von einem uralten Geocache, versteckt in einem Kreis aus monolithischen Steinen, die auf einem abgelegenen Hügel in Schottland thronten. Man munkelte, dass die Steine selbst als Wegweiser zu einem mystischen Schatz dienten, platziert von den Druiden oder vielleicht sogar früheren Bewohnern dieser grünen Erde. Liam, ein Geschichtslehrer und Hobbygeocacher, war von dieser Sage besessen. Seit Jahren studierte er alte Manuskripte und Karten, um den genauen Standort des Kreises zu ermitteln. Seine Recherche führte ihn schließlich in die rauen Higlands, wo die grünen Hügel sich wie Wellen bis zum Horizont erstreckten und der Himmel so nachschien, dass man fast glaubte, man könnte die Wolken berühren. Mit einem alten Lederbuch voller Notizen und Skizzen machte er sich auf den Weg. Sein Herz schlug vor Aufregung schneller, als er endlich den Hügel erreichte, von dem er glaubte, dass er der Standort des legendären Steinernen Kreises war. Als er den Gipfel erreichte, bot sich ihm ein atemberaubender Anblick. Die Steine ragten wie die Finger einer vergessenen Gottheit aus der Erde, angeordnet in einem perfekten Kreis. Sie waren von Moos und Flechten überzogen, Zeugen der vielen Jahrhunderte, die seit ihrer Errichtung vergangen waren. Jeder Stein schien ein Teil eines Puzzles zu sein, und Liam wusste, dass er, um den Cash zu finden, die Sage entschlüsseln musste, die sich in den Positionen der Steine und den alten Inschriften verbarg, die er auf einigen von ihnen erkannte. Er zog sein Notizbuch heraus und begann, die Zeichen mit den Einträgen in seinem Buch abzugleichen. Die Sonne begann zu sinken und tauchte den Hügel in goldenes Licht. Der Wind trug das Flüstern vergangener Zeiten mit sich, und Liam fühlte sich wie in eine andere Welt versetzt. Er folgte den Spuren der alten Worte, die von Macht und Geheimnissen flüsterten, und entdeckte schließlich, dass die Inschriften auf die sommerliche Sonnenwende hinwiesen. Liam stellte sich so hin, dass er durch den Kreis blicken konnte, und als die Sonne am Horizont stand, fiel ihr Strahl durch die Mitte des Kreises und erleuchtete einen Punkt am Boden. Ergriffen grob Liam dort und fand eine kleine Steinkiste, die perfekt in eine Vertiefung im Boden passte. In der Kiste lag ein antikes, ledergebundenes Lockbuch, dessen Seiten fast zu Staub zerfallen waren. Die Namen und Nachrichten, die es enthielt, waren von Geokeschern, die Jahre, manche sogar Jahrzehnte zurücklagen. Es war, als hätte er ein geheimes Kapitel der Geschichte aufgeschlagen, eine Brücke über die Zeit, die ihn mit all den anderen Suchenden verbannt. Liam trug seinen Namen mit einem Gefühl von Ehrfurcht und Stolz ein, sich bewusst, dass er nun Teil dieser ewigen Saga war. Als Gegenstand hinterließ er eine kleine, geschnitzte Figur eines Droiden, passend zu den Legenden und Geschichten, die diesen Ort umgaben. Mit der Dämmerung, die sich um ihn herum verdichtete, verließ er den steinernen Kreis, im Herzen erfüllt von der Magie und dem Mysterium, das er gerade erlebt hatte. Mit der Dämmerung, das er lebt hat er wieder. Untertitelung des ZDF, 2020